Ja, ja, ja. Ja, ja. Alter, wie gehst du ab? Warum? War ich zu langsam? Nee, wie auf Speed. Hast du irgendwas reingepfiffen? Nur Traumzucker. Schon wieder da? Also schnell. Trinken? Apfelschotte. Ey Mann. Hey. Was geht? Alles bestens und selber? Super. Schön. Gar nicht nervös wegen morgen? Was ist morgen? Schon vergessen? Morgen mache ich dich beim Sparring an. Aber sie bietet ein rosa Höschen an. Was soll das? Pauli meinte, du wohnst mit diesem Schwuli zusammen. Stimmt das? Jetzt pass mal auf. Richte deinem Boss einen Warmgruß von mir aus und sag ihm, ich schreib's ihm auch noch mal gerne auf. Das hat ihn einen Scheiß zu interessieren, mit wem ich zusammen wohne, okay? Der wird sich wolle freuen. Knutscht ihr beiden auch mit Zungen, ne? Aber warum kannst du dir doch sonst was holen? Jetzt halt endlich dein blödes Maul! Dein Schwuli ist aber ganz schön frech. Ja, der Schwuli kann noch viel frecher werden. Jetzt hab ich aber Angst. Hebe dir deine Kraft lieber für morgen auf. Die wirst du brauchen. Gegen Tucken kämpfe ich nicht. Davon kann ich mir doch sonst was holen. Axel ist so ein blöder Sack. Hey! Davon lassen wir uns doch nicht den Tag versauen! Keine Sorge, ich bin's nur. Na dann. Mir ist ja eigentlich egal, wer mit wem. Dann mach dich vom Acker. Aber ich finde, ihr solltet eure... eure Triebe mal unter Kontrolle halten. Denn wenn es rauskommt, dass ihr beide zusammen seid, dann kann Christian einpacken. Wir passen schon auf, Gregor. Es ist in deinem Interesse. Als schwuler Boxer hast du keine Chance. Nur wegen diesem Einzeller? Gregor hat recht. Aber solche Pfeifen können mir doch nicht vorschreiben, mit wem ich zusammen bin. Das nicht. Aber sie können deine Karriere kennen. Danke. Was macht man gegen so ein Gerücht? Warten, bis es sich von selbst erledigt. Aber Wolle und sein super intelligenter Boxer haben Christian auf dem Kieker. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Sonst kann Christian in Zukunft gegen sich selbst boxen. Olli, willst du dich als Frau verkleiden und dich Olivia nennen? Hm? Ey, das ist gar keine so schlechte Idee. Wir besorgen Christian eine Alibi-Freundin. Vom Studentendienst oder vom Escort, sagst du es? Ich sage dir das ernst. Christian wird da aber nicht mitmachen. Wird er aber müssen, wenn es seine Karriere rettet. Fragt sich nur, wer für so albernes Zeug zu haben ist. Oh Mann, ey! Blinder vom Feinst, können wir nicht aufpassen? Ja, ja, ja! Ich auch. Okay. Es gibt ja auch noch andere Frauen auf der Welt. Miriam hätten wir auch noch fragen können. Lass mal Miriam aus der Sache bitte raus. Okay, dann ist Judith unsere letzte Hoffnung. Ja, wenn nicht sogar die beste Wahl. Was für eine Wahl? Wir brauchen eine Alibi-Freundin für Christian. Alibi für was? Dafür, dass er ein lupenreiner Hetero ist. Ach, du meinst das Gerede, seine Kumpels aus dem Gym. Verstehe. Klasse, heißt das, du bist dabei? Moment mal, ich hab diesem Grandetzky letzte Woche erst gesagt, dass ich nicht mit Christian zusammen bin. Ja, aber es geht nicht nur um Wolle, sondern auch noch um die Typen, die mit ihm trainieren. Und wenn die glauben, dass du seine Freundin bist, dann lassen die ihn bestimmt endlich in Ruhe. Es ist so heftig. Ja, du hättest Axel mal erleben sollen gestern. Der hat Christian schon verfalle, bestimmt. Da spielt's leider gar keine Rolle, wie gut der im Ring ist. Für die zählt nur, ob er schwul ist oder nicht. Die sind total homophob. Und Christian will mich als seine Alibi-Freundin haben. Na ja, also, ehrlich gesagt, weiß er noch gar nichts von seinem Glück. Und er wird von der Idee auch nicht sonderlich begeistert sein. Ja, das kann ich verstehen. Ich find die Idee auch nicht so prickelnd. Aber es geht dir nur um 20 Minuten Händchen halten. Gregor, ich bin nicht besonders gut in sowas. Fünf Minuten? Ich weiß nicht und überhaupt. Also, ich bin mit Fabian zusammen. Danke, stimmt so. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja. Ciao. Noch eins? Wann kommt Christian eigentlich? Keine Ahnung. Der ist noch in der Uni. Uni. Auch so ein schwuler Kram. Jo. Jo. Na, so ein bisschen Bildung könnte mich auch nicht schaden, ne? Uni ist was für Weicheier. Ja, stimmt. Ihr gehört ja zum Glück zur harten Truppe, hm? Du Schwuli. Du Weicheier. Seid ihr besoffen, oder was? Schwule haben bei uns nichts zu suchen. Keiner von uns hat Bock auf Sackraten. Ihr wolltet zahlen und gehen? Ne, warum? Weil er es sagt. Ah, die Schwulis sind komplett. Was warst du ein Problem, oder was? Mach keine Dummheiten, Schatz. Das sind die nicht wert.